Einen wunderschönen guten Abend Leipzig. Wir freuen uns sehr wieder wieder hier zu sein, ist schon ein Weitchen her. Das erste Mal hier auch an der wunderschönen Parkbühne im Geyserhaus. Und Geysierhaus, wie wir es die ganze Zeit gelesen haben. Ach, hast du? Ich hatte ja, ich hatte meine Badehose quasi schon am Mann. Digga, schreib dich nicht an. Lern lesen und schreiben. Apropos Intelligenz. Basti war ja schon viel früher, als wir alle zusammen in Leipzig, weil du hast hier erfolgreich ein Studium abgebrochen, richtig? Ja. Ich dachte mir nach zwei Semestern, ich weiß alles, warum weitermachen. Das wäre ja Zeitverschritt. Hast du die zwei bezahlt, dass sie jubeln dafür? Ich komme von der Uni Leipzig. Abgebrochen. Ich habe den Platz frei gemacht für Leute, die es wirklich interessiert haben. So, wir kommen zum eigentlichen Punkt. Wir sind heute Abend hier, um Geburtstag zu feiern. Ihr wisst das wahrscheinlich. Ja, denn wir feiern den längsten Geburtstag aller Zeiten. Wir feiern jetzt zehn Jahre lang, zehn Jahre The Baseball und gehen dann direkt auf 20 Jahre über. Das ist ein Plan. So ein bisschen die magische Zahl im Showbusiness. Man sagt immer so, 20 Jahre geschoben, das klingt immer geiler als zehn. Weißt du, was noch geiler ist? Was sind? 26 Jahre. 26 Jahre. Ich sage, wer das heute ist. Nämlich Radio SRW hat heute auch Geburtstag. Fantastisch. Fantastisch. Die hier so nett waren, das zu präsentieren. Und sie haben sogar einen fantastischen Stand da oben. Da steht mein Freund Adrian. Gibt's da Bratwürste? Ne, da gibt's sensationelle Wurzeln, Erdnussflips. Und mit Adrian habe ich schon so manche Nacht verbracht, Ladies. Schaut mal vorbei, das lohnt sich. Was ich wohl aus heißen mag. Ja. Jetzt wollen wir aber erstmal ein bisschen zusammen feiern, deswegen nehmen wir gleich wieder die Hände hoch, damit wir nicht kalt werden. Das ist kalt. Da kannst du so lange schmerzen. Ah! Ich fühle mich noch viel besser an, wenn ich alles umgehebe. Ja, man geht hin. All right. Das ist kalt. little mum fühle ich aber plausible. Ja, man geht mit ihr. Also gehe ich noch ein bisschen. Ja, das ist kalt. Além mir so, wie ist jeder für Ihre schönsten. Ich bin da Witness, Herr앞 Herz, G耐stetger Räumen. Das ist kalt. Ich bin da começa делать. Das ist für sie, tatsächlich, tatsächlich. Ich bin dauerhaft, wach zu Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020